Hallo und herzlich willkommen. Nachdem ich mir eine kleine Urlaubspause gegönnt hatte, ich war vor 8 Tagen in Rom und vor 8 Tagen in Paris, es war wirklich traumhaft schön, sehr empfehlenswert, geht es heute weiter und zwar mit einer meiner Lieblingsaktien, nämlich HelloFresh. HelloFresh ist bei mir auch die Aktie im Depot aktuell, die gerade mit Abstand die beste Performance eingefahren hat. Dazu später gleich noch mehr. Das Video hier heute wird ein Update werden. Ich werde aufzeigen, was sind die neuesten Entwicklungen in der Firma, worauf kann man sich in der Zukunft gefasst machen, wie sind die Zahlen und wie schätze ich es ein, ist die Aktie nach wie vor trotz des massiven Kursanstiegs nach wie vor kaufenswert oder nur noch haltenswert. Beginnen werden wir aber erstmal mit der Frage, wird HelloFresh von Amazon zerstört? Das ist eine Zuschauerfrage, ich kann den Kommentar hier auch gerne mal einblenden, der ist ein bisschen länger, aber im Prinzip zielt das alles darauf ab, kann Amazon für HelloFresh zum Problem werden. Ich habe da eine relativ klare Meinung zu und möchte deshalb meine Gedanken mit euch da so ein bisschen teilen und auch ein paar Fakten nennen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Erstmal rein objektiv, wenn man darüber nachdenkt, so rational, das macht ja erstmal durchaus Sinn, die Frage, weil Amazon hat im Prinzip unendlich viel Geld. Wenn Jeff Bezos oder jetzt halt eben der neue CEO morgen aufwacht und sich denkt, wir wollen den Kochboxenmarkt erobern, wir wollen da unbedingt Marktführer werden, dann haben sie da erstmal eine sehr gute Ausgangsposition, weil Amazon hat wohl erstmal so das mit Abstand beste Logistiknetz der Welt und sie haben halt eben Unmengen an Kapital und können da immer weiter reinpumpen. Das ist für sie auch gar kein Problem, das mal so für ein paar Jahre als Verlustgeschäft zu betreiben und man verdient halt eben erst in fünf Jahren damit Geld oder halt eben auch nie, wie das mit dem Prime Service der Fall ist. Das hat Amazon überhaupt nicht nötig. Also, wenn sie das jetzt unbedingt machen wollen, dann stehen die Chancen erstmal gar nicht schlecht. Doch, was die meisten Anleger überhaupt nicht wissen, ist, Amazon ist in dem Bereich schon längst am Start. Seit Herbst 2020 macht Amazon nämlich auch in Kochboxen. Sie haben im Herbst 2020 Amazon Fresh auf den Markt gebracht. Das sind auch ein Anbieter für Kochboxen, sehr vergleichbar mit Hello Fresh. Allerdings ein paar signifikante Unterschiede im Geschäftsmodell. Denn Amazon Fresh ist erstens kein Abo-Modell. Bei Hello Fresh ist man ja sofort in einem Abo-Modell drin. Sobald ich da einmal bestelle, dann kommt das immer weiter und weiter und weiter. Ich kann zwar jederzeit kündigen, trotzdem, ich muss mich kümmern. Ansonsten kommt es halt eben immer weiter. Da kann ich verstehen, dass manche Kunden das ein bisschen blöd finden. Doch für die Firmen und vor allem auch für die Investoren, für die Aktionäre, für uns. Bedeutet das ein enormes Maß an Berechenbarkeit, was mir persönlich sehr gut gefällt. Amazon Fresh hat das nicht. Für manche Kunden vielleicht recht kundenfreundlich. Und der zweite Unterschied ist zwischen Amazon Fresh und zwischen Hello Fresh, dass man Amazon Fresh nur bestellen kann, wenn man auch Amazon Prime Kunde ist. Amazon Prime hat natürlich sehr viele Kunden, muss man sagen. Doch viele potenzielle Kunden bleiben einem damit auch verschlossen. Das zeigt für mich erstmal, dass Amazon es sich hier nicht zum Ziel gemacht hat. Dass sie jetzt den kompletten Markt aufmischen wollen und jetzt mit aller Kraft Hello Fresh hier von der A1 runterbekommen wollen. Hello Fresh ist ja gerade absoluter Marktführer. Danach sieht es für mich jetzt gerade absolut nicht aus, dass Amazon es sich jetzt zum Ziel gemacht hat, hier jetzt den Markt zu übernehmen. Sonst hätte man das Ganze mit Sicherheit nicht nur für Prime Kunden geöffnet. So, wie hat sich der Marktanteil von Hello Fresh seit dem Herbst 2020, als Amazon Fresh auf den Markt gekommen ist, verändert? Ich kann es euch sagen, Hello Fresh konnte quasi in allen wichtigen Märkten ihren Marktanteil ausbauen. Also, obwohl die ganz große Sorge der Hello Fresh Aktionäre zur Realität geworden ist, Amazon ist auf den Markt gekommen, ist es ihnen gelungen, ihren Marktanteil quasi überall zu vergrößern. Das deutet für mich ganz klar darauf hin, dass es im Moment sehr wenige Anzeichen gibt, dass Amazon Fresh zu so einem großen Erfolg werden wird, dass sie wirklich zum Problem für Hello Fresh werden könnten. Das liegt meiner Meinung nach erstmal vor allem daran, dass Amazon einfach nicht für Essen steht. Amazon wird mit vielem in Verbindung gebracht, aber nicht mit Kochboxen. Und eine starke Brand, die Hello Fresh nun mal hat, die ist extrem wichtig, wenn man in diesem Markt erfolgreich vorstoßen will. Es ist also gar nicht mal so einfach, als großes Unternehmen, auch wenn man eine Menge Geld hat und eine gute Infrastruktur, da einfach so in diesen Markt reinzukommen und da mal eben so alles zu übernehmen. Diese Erfahrung musste auch schon Lidl schmerzhaft machen. Lidl hat sich nämlich im Jahre 2017 auch in den Markt der Kochboxen vorgewagt und es ist komplett gescheitert. Das Kochboxengeschäft von Lidl hat einfach nicht funktioniert. Die Kunden haben nicht gut darauf reagiert. Woran das jetzt gelegen hat, Spekulation, weiß ich nicht. Ich finde es auf jeden Fall sehr beruhigend zu sehen, dass große Unternehmen mit einer 1A-Infrastruktur und auch Unternehmen, die sehr günstige Einkaufspreise bekommen, ich gehe nämlich davon aus, dass Lidl aufgrund der Größe vermutlich sogar nochmal bessere Einkaufspreise als Hello Fresh bekommt, es trotzdem nicht so einfach haben, in diesen Markt reinzukommen und da mal eben ordentlich mitzumischen. Die zwei Konkurrenten, die da gerade so am stärksten sind an dem Markt, das ist einmal Blue Apron und Marlies Boon. Die haben aber beide nicht mal ein Zehntel des Umsatzes, den Hello Fresh hat. Also absolut überhaupt gar kein Vergleich. Ich glaube sehr stark an den Kochboxenmarkt, doch in welche Unternehmen investiere ich dann immer am liebsten? Ich investiere immer am liebsten in die Unternehmen, die gerade am stärksten sind, die gerade am gesündesten sind, denen es am besten geht. Denn sowohl Marlies Boon als auch Blue Apron arbeiten gerade noch beide defizitär, während Hello Fresh schon richtig fette Gewinne macht. Also Hello Fresh könnte es sich theoretisch leisten, die Preise für die Boxen auch noch nach unten zu packen. Im Moment liegen die so bei ungefähr so 6 Euro pro Box. In den USA ist es komischerweise ein bisschen teurer. Da liegt der Preis der Box eher so bei 9 Dollar. Während Blue Apron und Marlies Boon gerade noch defizitär arbeiten. Der Marktanteil von Hello Fresh wird trotzdem immer weiter größer, obwohl die anderen beiden Unternehmen noch kleiner sind. Das sind für mich alles sehr, sehr gute Zeichen, die sehr stark darauf hindeuten, dass Hello Fresh eine sehr, sehr gute Zukunft vor sich hat. Was mich vor allem sehr positiv stimmt und was der Grund ist, warum ich so extrem an Hello Fresh glaube, ist, dass ich glaube, es wird nichtmals ansatzweise nur bei diesen Kochboxen bleiben, sondern darum wird ein richtiges Imperium geschaffen werden. Hello Fresh hat die Möglichkeit, zum Amazon für das Essen bestellen zu werden. Hier geht es längst nicht mehr nur um Kochboxen. Hello Fresh hat zum Beispiel innerhalb der letzten Monate zwei sehr interessante Übernahmen gemacht. Sie haben einmal das Unternehmen Factor 75 übernommen und jetzt vor ein, zwei Tagen, ich weiß gar nicht, wie heißt das Unternehmen nochmal, You Foods, genau, You Foods, das sind beides Anbieter von Fertiggerichten und da wird Hello Fresh in der Zukunft richtig mitmischen. Außerdem steigt Hello Fresh auch noch in die Märkte der Frühstücksangebote, der Snackangebote, der Salatangebote und in den Bereich der Supermarkt Lebensmittelangebote vor. In den Niederlanden ist das sogar schon so weit, da kann man, wenn man sich seine Hello Fresh Boxen bestellt, direkt auch noch dazu Lebensmittelprodukte mitbestellen. Das sind natürlich alles riesige Märkte, gerade Supermärkte, das kann man komplett disruptieren. Hello Fresh hat schon eine sehr große Kundenbasis, die im Moment noch größtenteils nur diese Kochboxen bestellen, aber das kann dann in der Zukunft so aussehen, dass diese Leute dann über Hello Fresh wirklich alles im Bereich Essen bestellen werden. Also auch ganz normal ihre Supermarkteinkäufe, die sie vorher offline gemacht haben, über Hello Fresh abwickeln. Oder dann halt nochmal sich ein Frühstück dazu buchen. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, wenn man alles auf einer App hat. Ich kenne das ja bei mir selber, ich mag die Apps am liebsten, die möglichst viele Funktionen haben. Von daher sehe ich da auf dieser Hello Fresh App noch enormes Potenzial. Mal ganz abgesehen davon ist es noch gerade so, dass im Lebensmittelhandel die Umsätze fast ausschließlich offline gemacht werden. Gerade mal 4% der Umsätze im Lebensmittelhandel werden online gemacht. Gerade mal 4%, das ist ja wirklich ein Witz. Und das wird so in 10 Jahren mit Sicherheit nicht mehr so aussehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Das kann niemand seriös prognostizieren. Aber mich würde es nicht wundern, wenn im Jahre 2050 schon die Hälfte oder zumindest 40% der Umsätze des Lebensmittelhandels online gemacht werden. Hier besteht also gerade enormes Wachstumspotenzial in dieser Branche. Und Hello Fresh hat eine sehr, sehr gute Stellung. Innerhalb der letzten Jahre ist Hello Fresh in keinem Jahr mit weniger als 40% pro Jahr gewachsen. Im letzten Jahr sogar mit über 100%. Das lag natürlich auch ein bisschen an Corona, muss man dazu sagen. Die meisten Analysten rechnen damit, dass Hello Fresh innerhalb der nächsten Jahre mit so gut 20% pro Jahr wachsen wird. Was man bei Hello Fresh aber auch fairerweise sagen muss, ist, dass sie es innerhalb der letzten Jahre immer wieder Jahr für Jahr, Quartal für Quartal geschafft haben, die Erwartungen der Analysten deutlich zu übertreffen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass sie das auch innerhalb der nächsten Jahre hinbekommen werden. Ich glaube nämlich, dass die meisten Analysten das gerade noch so etwas unterschätzen, wie geballt die Kraft sein kann, wenn man auf einmal ganz viele neue Angebote zusammengebündelt anbietet. Außerdem expandiert Hello Fresh ja jedes Jahr in neue Länder. Ich glaube, dass es durchaus realistisch, dass Hello Fresh auch innerhalb der nächsten Jahre noch mit so 40% pro Jahr wachsen wird. Und dann sind sie definitiv deutlich unterbewertet. Aber auch schon bei einem Wachstum von um die 20% haben wir hier noch eine recht moderate Bewertung. Das KGV von Hello Fresh liegt gerade bei so knapp 35% und das KUV von Hello Fresh liegt gerade bei so knapp 2,5%. Die Bilanz von Hello Fresh ist auch vollkommen sauber. Dementsprechend aus meiner Sicht ist die Bewertung auch gerade völlig angemessen, wenn Hello Fresh, wie von den Analysten erwartet, nur mit 20% innerhalb der nächsten Jahre wächst. Ich habe Hello Fresh ja damals für so 39 Euro gekauft oder so ein bisschen drunter. Da habe ich ja auch am selben Tag noch ein Video zugedreht. Ich glaube 38,30 Euro sind es gewesen. Also bei mir hat sich Hello Fresh schon gut verdoppelt und es würde mich sehr wundern, wenn sich Hello Fresh innerhalb der nächsten 5 Jahre vom jetzigen Standpunkt aus gesehen, jetzt gerade steht die Aktie bei 82 Euro, nicht nochmal verdoppeln würde. Also bis 2026 gebe ich mal das Kursziel von 164 Euro aus. Da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass das erreicht werden wird. Ganz wichtig bei so einem jungen Unternehmen ist ja immer die Führung. Und die Führung bei Hello Fresh ist ausgezeichnet. Hello Fresh ist immer noch Gründer geführt, der CEO heißt nach wie vor Dominik Richter. Dominik Richter hat einen absoluten Vorzeige-Lebenslauf. Er hat erstmal an der WHU studiert. Das ist ja so eine Vorzeige-Universität in Deutschland, so eine Elite-Universität, so würde ich es mal nennen. Da muss man glaube ich auch für zahlen. Auf jeden Fall ist die sehr angesehen. Da hat er seinen Bachelor gemacht. Danach ist er zu London School of Economics gegangen. Auch sehr angesehen, auch so eine Elite-Universität. Währenddessen hat er ja auch schon so zwei Start-Ups gegründet. Die haben allerdings beide nicht so gut funktioniert. Das ist bei Start-Ups jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches. Die meisten Start-Ups, das muss man sich nun mal immer klar machen, die gehen halt pleite. Das muss man sich halt auch klar machen, wenn man selber in so junge Unternehmen investiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die pleite gehen, ist immer relativ hoch. Mit Hello Fresh hat es dann halt eben sehr gut geklappt. Er hat es im Jahre 2011 gegründet und seitdem eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Dominik Richters Vermögen liegt bei ungefähr 600 Millionen Euro und besteht fast ausschließlich aus Hello Fresh-Anteilen. Das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Ich liebe gründergeführte Unternehmen, weil da einfach sichergestellt ist, dass der CEO dasselbe Interesse hat wie ich. Nämlich den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Es geht Dominik Richter hier bei Hello Fresh mit Sicherheit nicht darum, hier von Quartal zu Quartal zu hetzen, wie das bei dem einen oder anderen angestellten CEO der Fall sein dürfte, damit sie dann auch irgendwie ihre Ziele erreichen und einen möglichst hohen Boni abstauben. Ich bin also nach wie vor absolut überzeugt von Hello Fresh. Auch die Aktienbewertung finde ich völlig in Ordnung. Die finde ich sogar noch relativ günstig. Wenn ich jetzt so einen Punkt nennen müsste, der mir bei Hello Fresh nicht so gut gefällt, ist es, dass sie kein gutes Bio-Angebot haben. Das kann ich persönlich nicht so richtig nachvollziehen. Hello Fresh richtet sich ja eindeutig an etwas Besserverdienende und unter etwas Besserverdienen ist nun mal der Anteil an Bio-Essern sehr, sehr hoch. Ich habe auch schon aus dem privaten Umfeld gehört, dass sie Hello Fresh nicht weiter bestellt haben, weil es halt eben kein gutes Bio-Angebot gibt. Beziehungsweise da ist halt eben nichts Bio oder zumindest nicht alles Bio. Das ist bei mir auch der Grund, warum ich noch nie ein Fleischgericht bei Hello Fresh gegessen habe, weil es dieses Angebot einem einfach nicht gibt. Also warum, das kann ich mir nicht so ganz erklären. Das wäre mal so eine Frage, die ich Dominik Richter bei einer Hauptversammlung stellen möchte. Naja, irgendwas passt einem halt immer nicht bei jedem Unternehmen. Trotzdem, ich bin sehr überzeugt. Das war meine Einschätzung zu Hello Fresh. Ich laufe jetzt noch so ein bisschen rum. Ist ganz nett hier eigentlich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr es lieber habt, wenn ich so rumlaufe oder ob ihr es lieber habt, wenn ich sitze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. night Bye. Vielen Dank.